Der Mann hier vorne im rot-weißen T-Shirt macht das offizielle Video von der K-Style 2009. Kameramann Jens Ankerstein von K-Movies.de. Das Video könnt ihr ungefähr in 14 Tagen fertig zusammengeschnitten auf der Homepage der K-Style Hamburg. Will gut abzielen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020